Hey, freut mich, dass du dir nun noch das Basic-Video zu meinem Videolernzyklus anschaust. Im Intro haben wir uns ja bereits mit Dezimalzahlen beschäftigt und haben entdeckt, dass wir sie auch im Alltag oft verwenden. Als Beispiel habe ich dir dieses Bild von mir bei einem Skirennen gezeigt. Und wenn du auf die Hütte links schaust, siehst du dort, dass ein Tee 1,95 Euro kostet. Bei Geldbeträgen begegnen uns Dezimalzahlen ja am häufigsten, da sie uns erlauben, Euro und Cent als eine einzige Zahl anzugeben. 1,95 Euro ist ja viel kürzer und verständlicher, als wenn ich 1,95 Euro schreiben müsste. Als nächstes können wir auch Dezimalzahlen auf der Rangtafel entdecken, und zwar bei den Sekunden. Denn Sekunden werden in Zehntel und Hundertstel Sekunden aufgeteilt und können daher sehr gut als Dezimalzahl dargestellt werden. Und unter der Rangliste siehst du noch eine Dezimalzahl, und zwar in Form einer Geschwindigkeit. Wenn du deinen Eltern schon einmal beim Autofahren über die Schulter geschaut hast, hast du wahrscheinlich bemerkt, dass dort auch immer eine Geschwindigkeit angezeigt wird. Bei dieser handelt es sich ja meistens um eine natürliche Zahl, wie beispielsweise 50 Kilometer pro Stunde. Im Normalfall reicht eine ungefähre Angabe auch, aber im Sport will man die Messungen so exakt wie möglich machen, dass selbst kleinste Unterschiede einen neuen Weltrekord bedeuten können. Mit Nachkommastellen können wir also eine höhere Genauigkeit bei Messungen anzeigen. Und je genauer wir etwas messen, desto mehr Nachkommastellen brauchen wir auch. Du siehst das sehr gut bei den Rennergebnissen. Der Dritte hat für die Abfahrt nur 35 Hundertstel Sekunden länger gebraucht als der Erste. Ohne Nachkommastellen könnte man die Zeiten gar nicht unterscheiden. Wenn du dich mit Skirennen auskennst, dann hast du vielleicht auch bemerkt, dass normalerweise eigentlich keine Dezimalbrüche in den Tabellen zu sehen sind. Aber nur weil sie nicht sichtbar sind, heißt das nicht, dass sie nicht verwendet werden. Sie haben sich nämlich in unserem Sprachgebrauch eingefügt. Wenn der Moderator den Rückstand für ein 35 Hundertstel Sekunden anspricht, dann ist das ja nichts anderes als ein Dezimalbruch. Nachdem wir alle Dezimalzahlen und Dezimalbrüche entdeckt haben, fehlen uns nur noch die natürlichen Zahlen. Die finden wir in diesem Bild vor allem beim Siegerprotest. Denn Zahlen ohne Kommastellen sind super, um etwas anzuordnen und eine Reihenfolge festzulegen, da es zwischen dem Ersten und dem Zweiten keinen weiteren Platz gibt. Auch für das Abzählen einer Menge braucht man keine Nachkommastellen. So können wir die natürlichen Zahlen verwenden, um die fünf Zuschauer im Hintergrund zu zählen. Aber wenn wir schon beim Anordnen sind, können wir das auch bei Dezimalzahlen probieren. Das ist etwas kniffliger als bei den natürlichen Zahlen, aber ich bin mir sicher, dass du es schaffst. Bleiben wir doch gleich bei Sportereignissen. Hier habe ich sechs verschiedene Ergebnisse von einem 100 Meter Lauf. Die Zeiten wurden leider unterschiedlich genau gemessen und haben daher auch unterschiedlich viele Nachkommastellen. Versuche sie trotzdem nach ihrer Größe zu orten. Einen kleinen Tipp will ich dir noch geben. Erinnere dich noch einmal kurz an das Märchen im Intro-Video. Je weiter rechts vom Komma die Zahlen lebten, desto kleiner wurden sie. Stoppe jetzt kurz das Video und versuche die Zahlen richtig anzuordnen. Beginne dabei mit der kleinsten Zahl. Schauen wir uns die Aufgabe doch einmal gemeinsam an. Als erstes springen wir da die 12 Sekunden ohne Nachkommastellen ins Auge. Damit ist sie die kleinste Zahl, da alle anderen Zahlen aus mindestens 12 Ganzen bestehen und zusätzlich noch Nachkommastellen aufweisen. Nun schauen wir uns die Nachkommastellen an. Mein Tipp war ja, dass die Zahlen immer kleiner werden, je weiter rechts sie vom Komma stehen. Die Zahlen mit den wenigsten Zehntel sind also die kleinsten. Das wären in diesem Fall 12,004 Sekunden und 12,03 Sekunden. Welche davon ist jetzt die kleinere? Was hättest du denn gesagt? Naja, wenn sich gleich viele Zehntel haben, schauen wir uns als nächstes die Hundertstel an. Die eine hat keine und die andere drei Hundertstel. Also ist 12,004 kleiner als 12,03. Jetzt bleiben nicht mehr viele Zahlen übrig und wir erkennen zwei Zahlen, die wieder gleich viele Zehntel haben. 12,37 Sekunden und 12,371 Sekunden. Beide haben auch die gleiche Anzahl an Hundertstel, aber die zweite hat noch eine zusätzliche Nachkommastelle und ist somit um ein Tausendstel größer als 12,37. Jetzt bleibt nur noch eine Zahl übrig und das ist 13,01 Sekunden. In diesem Fall müssen wir nur die eine Stelle anschauen und sehen, dass sie größer als alle anderen ist. Und hast du alles richtig gelöst? Super, na dann bist du jetzt bereit für das Mastery Video. Wenn nicht, na dann ist das auch nicht so schlimm. Denke einfach nochmal alles gut durch und versuche dich dann auch am Mastery. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr euch dort wiederzusehen.